Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Himmelsbotschaft am 11. Oktober 2017 Es sind zwei Themen, was heute wichtig sind. Einmal Sicherheit, Stabilität und das zweite Thema, was auch sehr wichtig ist, Liebe, Partnerschaft. Wir können mit unerwarteten Ereignissen rechnen. Wenn etwas Neues kommt und wir sind noch nicht vorbereitet und kommt plötzlich unerwartet, entsteht oft Unsicherheit, Zweifel. Und diesen Gefühlen sollen wir verabschieden. Wir brauchen die Gelassenheit. Auf unserem Inneren sollen wir gerade vertrauen. Wir brauchen auch diese Kraft, die inneren Ruhe. Das Thema Liebe, Partnerschaft ist auch sehr wichtig. Und wir sollten die Liebe in Ordnung bringen. Viele Menschen denken an Sicherheit und bleiben in einer Partnerschaft, was eigentlich nichts ist. Dann sollten sie lieber auf die Gefühle hören und diese Partnerschaft beenden. Weil das ist nicht die Sicherheit. Es ist nicht die Stabilität, sondern die Liebe schenkt uns dieses Glückgefühl, auch die Sicherheit. Das trifft nicht jede Einzelne, aber viele Menschen haben diese Themen. Dann gibt es auch andere, wo die liebe Partnerschaft, die bestehende Partnerschaft schenkt die Stabilität und es soll auch bewusst sein. Und klare Entscheidungen zu treffen und bei diesen Entscheidungen sollen wir auf jeden Fall auf unseren Gefühlen hören. Und bei diesen Entscheidungen ist momentan auch eine Trennung oder ein Loslassen, ein Abschied. Das kann auch eine Beziehung sein, wo wichtig ist, diese Trennung mal aussprechen, mit klaren Worten das ausdrücken. Es ist nicht einfach, es ist nicht leicht, aber bei vielen Situationen ist es auch notwendig. Kann auch dieser Abschied unseren Gefühlen bedeuten, wie Angst und Zweifel und Schuldgefühl. Das ist das Loslassen. Also das sind die wichtigen Themen, gerade klare Entscheidungen, klare Worte. Trennung, Abschied, Loslassen und neue Chancen. Es muss nicht unbedingt eine neue Begegnung sein, aber ein neues Gefühl brauchen wir. Weil da liegt die Seherheit, da liegt die Stabilität, die Ruhe, diese innere Ruhe, weil das gibt uns gerade die Kraft. Und diese Himmelsbotschaft beschreibt auch die Tage, ist aber allgemein. Wenn Sie Interesse haben, Ihren persönlichen Himmelsbotschaft zu erfahren, Sie dürfen gerne als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert es? Sie schreiben mir ein E-Mail, bitte dazu schreiben, meine persönliche Himmelsbotschaft. Und ich als Medium werde ich diese Botschaften vermitteln, schriftlich auch blitzschnell. Und mein Honorar beträgt pro Botschaft 10 Euro. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Und ein guter Rat und auch eine Botschaft ist auch Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.